Ich gebe dir heute fünf, fünf gute Gründe, warum du mit deiner Gruppe zum Christwil kommen solltest. Erstens, 2028 bist du zu alt und deinen Jugendlichen vermutlich auch. Christwil findet nur alle sechs Jahre statt. Das ist deine einmalige Chance. Zweitens, wir haben ein Hammerprogramm für dich auf die Beine gestellt. 30 neu entwickelte Formate für deine Jugendlichen und alle christlichen Kundschaften sind praktisch da. Von Outbreak Band bis O-Pros. Und noch eine Hammersache, wir organisieren nicht nur das Programm, sondern auch Unterkunft und Verpflegung für dich. Drittens, über 80 Organisationen sind beim Christwil dabei und wir gemeinsam entwickeln das Christwil. Das ist ein echter Blick über den Tellerrand, auch für dich und deine Jugendlichen. Viertens, nach Corona braucht Jugendarbeit dringend wieder eine Gruppenerfahrung. Deswegen, kommt gemeinsam als Gruppe und wir glauben, das wird euch echt zusammenschweißen. Und fünftens, der wichtige Grund. Das Christwil will deine Jugendlichen für Jesus, für die Bibel und für das pralle Leben mit Jesus begeistern. Es geht nicht nur um den Event, es geht um den Montag danach. Aus diesen fünf Gründen freuen wir uns, dich in Erfurt zu sehen.